Hey Leute, ich bin's Daym. Ich hab mir gedacht, ich mach mal ein kurzes Video. Wir sind im November, Dezember auf Out of Time Tour. Hashtag Tour läuft. Wir sind 15 Konzerte lang in Österreich und Deutschland unterwegs. Könnt's kaum erwarten, endlich wieder loszulegen. Du bist einzigartig. Wie geht's dir denn? Die nächste Teppertefrag. Maze freut sich riesig, DJ Buzz ist wieder hinter den Turntables und auch sonst werdet ihr altbekannte Gesichter sehen. Tickets gibt's auf evan-team.de Wür mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wir haben natürlich das neue Album mit dem Gepäck. Wie ihr wisst, erscheint am 3. November Zukunftsmusik. Aber natürlich spielen wir auch die Klassiker. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Und seid dabei, wenn's wieder heißt Dame's Dream Records. Der Teppertfrag. Och dann mediang die Klassiker. Weg für dich zu vielame und gleich sind mal ein paar Tage zu tun. Na, kommst du auf goingseh τηςigern,